liebe freunde willkommen zurück zu imperator rom zur nächsten folge mit sparta willkommen bei voxel ja und wir haben in der letzten folge so ein bisschen unsere infrastruktur verbessert auf krete eine festung abgerissen und die armee vergrößert die armee gedrillt schaut wie unsere bündnisse sind wir haben jetzt eine auf epirus ein anspruch fingiert und da werden wir auch weitermachen ich lass mal weiter laufen so und armeen haben wir wieder runter gefahren wir haben drei gebäude gebaut und die lassen wir noch abziehen 6 april das cool und ich würde sagen wenn wir dann im november soweit sind mit dem anspruch dann werden auch angreifen und theoretisch wäre das möglich der aussehen ist mit drin militärzugang haben sie nicht okay verstehe egal was zu machen mit knossos die kommen nicht ran so und wir können wir können in zehn monaten also nächstes jahr ungefähr zehn monaten eine neue militärtradition anwählen nämlich die hier leichte kavalerie wie interessant so wir haben 20.000 man haben 3000 reserve das ok geld geht jetzt wieder schwunghaft nach oben nachdem die wir drei gebäude gekauft haben marktplatz wurde gebaut sehr sehr gut man sieht das jetzt hier handelswert also ist noch mal gut gesteigert 571 muss ich gucken ob sich das wie das hochgeht ist ein bisschen runter gegangen naja aber da bin ich mal gespannt wie sich das wie sich das auswirkt also wenn ich mal gucke handelswert das ist immer schwierig ich weiß nicht genau ob sich das beim nächsten mal verbessert warte mal kurz handelswert und haben wir denn das hier vereinnahmen handelswert in der provinz oder stadt ach in der stadt aha dann mache ich mal kurz pause sponserte spiele das ist interessant 25 prozent das heißt die bürger plus 0,05 das ist jetzt schon mit hochgerechnet ok das ist interessant 5,5 so ein regierungsmitglied ist gestorben hier die ruft fand nehme den so weiterlaufen lassen hat sich schon gesteigert das geht auf stadtebene und wird dann natürlich umgerinnert auf die provinz stimphalien ja wie gesagt ich könnte gar nichts machen das staatsschiff der berühmte philosoph glaubt dass die welt niemals von ihren übeln frei sein wird bis die könige und fürsten dieser welt der philosophie folgen das staatsschiff darf nur von männern der weisheit des wohlwollens und der autorität geführt werden dein boss hat euch riedes also uns als jemand identifiziert der die fähigkeit besitzt die wahren tugenden eines herrschers unter seiner sorgfältigen anleitung zu erlernen ja ok david philosophos können wir tun können wir tun so jetzt werde ich aber einmal eins machen das alles steigern wir sind immer noch bei plus ist gut das heißt können da auf jeden fall noch im kriegsfall selbst ein plus sein ist ok rekruten reserve ist ok haben wir ein bisschen was was uns hier rückhalt gibt zur not können wir mit dem geld tatsächlich noch tatsächlich noch mhm sollten anheuern wenn das notwendig sein sollte wo gehen wir denn hin was machen die denn hier eigentlich wieso stehen die denn hier die ganze zeit rom olympiade beendet so die kommt jetzt raus langsam das geht die amme bewegt sich mal hier hin so da müssen wir nochmal gucken dass wir das auch mit aufladen ach pause ist immer gut wenn das weg geht und dann hoffe ich dass wir jetzt langsam mal krieg machen können störmanöver ist besser so noch einmal ziehen mit der moral nach oben anspruch haben wir sehr sehr gut und los können wir ich hoffe dass hier keine piraten oder irgendwas sind sonst haben wir ein problem sonst haben wir ein problem so wir gehen sofort rauf ja und dann werden wir einfach mal testen was es bringt ob die uns angreifen wollen ja gut die haben 25 kohorten schwierig 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 werden uns dann natürlich auch mit im krieg begleiten als angriff aber die können auch mal nach oben runter kommen argos das ist interessant das ist interessant argos ist ziemlich gut drauf hier und das würde ich tatsächlich machen ja das brauche ich auf jeden fall so sofort krieg erklären die sind drüben die kommen nicht drüber ja eroberung von epirus der orsin ist mit drin argos kein militärzugang knoß das nicht ok freunde so wir haben alles ja 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 ok ich würde sagen wir fangen den krieg an der orsin ist mit drin eroberung von epirus yes und sofort ach wir kommen nicht achso ich muss erstmal rüber sein ja wir sind da 9 januar ah da sind sie da sind sie ok wir treffen die oh gott warte mal wieso haben die denn auf jeden auf jeden fall jetzt so viel what hab ich was verpasst die hatten doch gerade 18 oh leute unbelehrbar der große philosoph stürmt in wut aus dem palast und verflucht den namen oh während er davon eilt er erklärt laut und öffentlich dass euthyredes unbelehrbar und engstündig ist und nicht einmal in der lage dazu wäre eine ziegenhände zu regieren oh gott tun wir das und jetzt brauche ich auf jeden fall ja gut philosophos ist abgehauen auch witzig wir werden den aber oh korruption ist wahnsinnig hoch dann werde ich den nicht nehmen hmm das wird schwierig das wird schwierig damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet ich würde sofort gucken wegen seltenern wir nehmen dann doch sofort mal diese hier nein warte mal militärerfahrung ach shit ne ne ich kann keine rekrutieren hmm die militärerfahrung ok ich bin gespannt ich habe keine ahnung was das wird 7. februar die sind am vierzehnten vierzehnten kann man das bei denen sehen wie viel die flankieren ja gut wir haben natürlich das würfel ergebnis und das noch schlecht für uns wow nur würfel verloren oh mein gott verlieren ne ach leute es laden schon wieder zurück ach das ist doch total doof hmm das ist ja super doof warte mal können wir die nicht angreifen 25 kohorten die bauen das 37 kohorten bauen die jetzt aus lecko mio schicke schicke ich die mal zurück nicht dass wir die flotte verlieren ich muss gucken dass wir tatsächlich das wird jetzt noch eine weile dauern äh söldner finden ne das ist wow vielleicht macht der orsien noch was misshapien ok der orsien sind die unterwegs ach epirus hat ja auch noch söldner angeheuert oh ich glaube schon die kommen hier gerade noch gehen die hier rum irgendwo ah das ist ja ärgerlich 37 wie fahren die denn hier das muss ja die söldner armee denn sein ne das ist ja Wahnsinn so und die gehen zurück bis Messene ja toll super gelöst nicht hmm ja das dauert wirklich noch eine weile bis wir das gemacht haben ähm regrutenreserve 25 müssen wir da echt noch nachkaufen ne können wir doch nicht machen ich müsste mit denen echt runter gehen kommen die jetzt wieder ja die kommen das sind ne 19.000 mann armee vielleicht gehe ich von hier oben rein warte mal kurz könnte ich die hier durchschicken das wäre ja interessant natürlich nicht die hassen uns natürlich ja interessant interessant hm ich muss mal gucken was die hier oben machen wir haben wir haben eine nachfolgekrise oh Gott die jüngste instabilität aber immerhin ist das unser neffe gewesen hier hm die jüngste instabilität die durch den tod von euthyrides ausgelöst wurde hat zu einem macht vakuum geführt das bestimmte thronanwärter zu füllen versuchen von gier ermutigt haben sie mehrere bevölkerungsgruppen auf ihre seite geholt und sich gegen den thron selbst erhoben na boah wow machen wir mal eine schöne hier wir sind auch schon wahnsinnig alt die ist noch gut jung machen wir einfach die die geld haben wir ein bisschen haben wir hm na 3 schon macht basis ok ist aber nicht schlimm tja so naja da müssen wir mal gucken ach genau die erste armee und wer ist das jetzt warte mal kurz wer sitzt zum gewehren bürgerschaft gewehren so zahlen wir die hoffentlich wieder das wäre natürlich super dann hätten wir zwei armeen acht müssen wir den hier mal machen ja versklavung effizienz der wäre gut ne nehmen wir doch den und mhm armee einschiffen den brauchen wir nicht wenn wir die beiden hätten dann könnten wir was tun dann könnten wir was tun ja ne das sind mit beiden armeen glaube ich ich weiß nicht 15 kohorten und söldner haben die ne und söldner das ist schwierig 23 35 die haben 40.000 man und da könnten wir mithalten tatsächlich wir könnten hier was tun wir kommen aber da nicht durch ich schiffe die erstmal ich schiffe die erstmal ich schiffe die erstmal nach oben irgendwo hin nein makedonin hat uns den krieg erklärt das ist interessant damit aber auch ne klar den ganzen der verteidigungsliga miletos und natürlich hier oben das ist doch fast ich hab's ich wollte es beim letzten mal schon ansprechen dass es ja fast so sein muss dass die uns angreifen makedonier ne dass es ja fast immer so sein muss warte mal kurz das machen wir jetzt trotzdem wir verschiffen die und zwar nach oben irgendwo da muss ich erstmal gucken wo wir die landen können jetzt können wir sowieso mit beiden durch dann machen wir das doch einfach die krückenreserve haben wir eh nicht das sind 20 komm dann schicken wir die doch hier oben mal einfach hin kommen wir da nicht durch was war das denn egal so die schicken wir mal nach hier oben rein was wir sind doch mit denen im krieg was machen die denn eigentlich da bin ich auch mal gespannt so die haben natürlich uns auch klar und allen denen auch dauer sind schön den krieg erklärt das ist gut dann hole ich die hier nach die haben keine Zermürbung oh da kommen die 25 da muss ich jetzt mal aufpassen warte mal nicht dass die hier direkt schon angreifen wollen ich schick dir mal zurück eine Sparta erstmal ne lass ich mal auslaufen so die sind da wieso kann ich hier nicht rein ach bewegenden Schiff so die runter dann schicken wir die Flotte mal wieder hin 5. Januar ist okay das wird natürlich jetzt sehr sehr schwierig ich hoffe die können hier stehen bleiben ohne oh Gott wieso sehe ich das denn nicht was ist das denn wieso haben wir immer natürlich wir haben boah nächste Armee verloren das ist natürlich jetzt alles absolut hinfällig geworden was wir hier jemals irgendwie vorhatten ja ich nehme die zurück also die Armee hole ich zurück die geht nach da oben hin eine Frage der Kompetenz wir verlieren Beliebtheit warte mal oder eine ah gut wir haben eine negative Eigenschaft verloren sehr schön so du musst hier oben hin am besten da hin ja und dann will ich jetzt auf jeden Fall gucken dass wir hier angreifen sofort angreifen was haben die denn auch diese gemischte Armee immer wow das ist schwierig das lasse ich trotzdem drin in der Hoffnung dass wir die damit auch irgendwie beeinflussen können ach hier stehen doch schon 25.000 Mann oh die 62 müssen wir aufpassen wo gehen die hin die fahren nach hier oben jetzt so hä hä ja ist natürlich schwierig die die kriege ich glaube ich nicht zurück ja wo kann ich hier hin fahren ich muss da rein fahren denn ich glaube es kommt gleich die makedonische Flotte hier hoch ach die guck mal die landen hier tatsächlich sind die das ist ja interessant also kriegen sie es doch in das zu teilen ja das ist ja interessant wo wollen die denn landen bitte ja da bin ich mal gespannt ne wir machen das jetzt weiter wir müssen da weitermachen ich will die angreifen auch wenn es schwierig wird was haben wir denn hier für eine ja eine eine äh Festung hier drin eine Festungsstufe ja wenn die hier landen wollen dann können sie das machen keine Ahnung Ah hier unten sind sie ja aber mit den 4 7 schaffen sie auf jeden Fall hier nicht das Dings einzunehmen das geht nicht sind eh nur 5 Kohorten also können sie sich da ruhig austoben wir haben tatsächlich geschafft das die zu besiegen die Armee nicht schlecht nicht schlecht Oh 26 ja wo kommen die hin dann gehe ich auch mal hier unten hin ich werde es aber versuchen die hier ne machen wir das mal so Guerilla Krieg ne so jetzt gucken wir mal gut mit der Armee kann ich fast auch nichts tun warte mal kann ich die ich hoffe dass ich die verschiffen kann wieso ist da kein Dings drin was hat der Null wie kann ich denn ein Kommandant mit Null wählen wählen what tja das war ja sehr witzig machen wir Phalanx auf das Schiff ich versuche es jetzt einfach mal ich versuche es jetzt einfach mal hier runter zu fahren so wann sind die drauf jetzt wo kann ich runter fahren wo ist der nächste Hafen der nächstgelegene Hafen 15 warten hier ach Epirus wartet hier schon mein Gott wieso komme ich hier denn auch nicht rüber jetzt greifen die uns hier auch noch an oder möchten das zumindest gerne warte mal die Flotte genau die Flotte am besten direkt schon hier rein damit die auch hier rauf können das wäre doch gut mal gucken hier sind 62 von Makedonien die hauen wieder ab hier hat die Armee das verloren schade eigentlich hmm schade wieso kann ich denn hier nicht rüber hier muss doch eine Festung in der ja das kann doch nicht sein Klythos aber wir sind doch nicht mit denen im Krieg ach ich muss hier Klythos erst einnehmen jetzt verstanden jetzt habe ich es verstanden und das werde ich tun ich kann das nur mit der kleineren Armee tun erstmal runter genau ja jetzt habe ich es verstanden und dann kann ich die auch dazu holen wenn wir die benötigen ich müsste natürlich auch oh nein Makedonien hat ein separat Frieden mit denen mit äh oh ne mit Argos wie peinlich Makedonien gehört jetzt das hier Stück für Stück die kommen uns immer immer näher das ist ein großes Problem das ist ein großes Problem oh und die kommen auch hier her schaffe ich nicht rechtzeitig hier hoch warte mal haben wir keine Hafen hier ich schaff es nicht rechtzeitig hier hin glaube ich Mare Ägypten es ist hier es ist hier hier oben könnten die das vielleicht schaffen wenn sie zusammen halten ja ich muss in den Hafen zurück mit der Flotte bringt nichts 35.000 Mann hm hier geht doch oh jetzt so dann bin ich mal gespannt wir haben noch ein bisschen Plus und jetzt mache ich natürlich die Normal 31% Lecken oben hier so mal gucken was passiert schicken wir natürlich sofort zurück Attentat erfolgreich wir wurden darüber informiert dass Aphrodisier letzte Nacht brutal im Haus ermordet wurde ah ne Rivale sehr interessant die zuständigen Ermittler haben berichtet dass das Verbrechen mit einer Pike durchgeführt wurde wir wissen dass Philotas das sind wir Jogaine diese Waffe trägt ja gut da kann man nichts sehen ne interessant wurde einfach getötet stand da wurde einfach getötet so den Kampf gewinnen wir das ist gut wir verlieren aber natürlich wahnsinnig für die Rekrutenreserve ist ein Problem jetzt sind wir drüben genau oh wie lange das dauert wow unsere Armee Stärke geht flöten hier müsste ich langsam auch mal wieder zurück gehen mit den beiden Armeen sonst ist das ein Problem das ist sonst echt ein Problem ich lagere die erstmal hier hin warte mal da 1613 egal erste Flotte brauchen wir nicht Söldner könnte man jetzt anheuern ich muss das auf jeden Fall hier zurückschlagen das versuchen wir auf jeden Fall nochmal da bin ich mal gespannt da bin ich mal gespannt mhm mhm ach das wird von dieser Festung das war total billig und witzlos was wir hier hatten eieieiei aber hier kommen nochmal 15.000 egal dann haben wir echt keine Chance dann müssen wir wieder zurück gehen mit beiden gleichzeitig und versuchen die irgendwie hier oben zu attackieren das ist echt schwierig für uns wieso komme ich hier nicht rüber das kann auch ach das gesperrt ist gerade ok wir können eigentlich nur eins machen vielleicht bleiben wir hier unten hängen ach die nehmen es tatsächlich ein warte mal das wird jetzt schwierig oh Gott wenn die Armee hier warte mal wir müssen die Armee verschiffen da bin ich mal gespannt erste Flotte muss hier runter unbedingt ganz schnell aber auch ganz ganz schnell und dann müssen wir hier rüber das kann doch nicht sein das Misshaapchen das jetzt einnimmt oder wir können natürlich Misshaapchen auch einnehmen das wäre auch witzig dass wir uns hier irgendwo aufbauen religiöser Umzug werden in Ruhe gelassen das brauchen wir Stabilität Militärfahrung können wir seltener anheuern aber nur ganz ganz knapp oh nein Sparta ist verloren ja die 62 Schiffe sind hier wo kommen die an? Mare Ionium oh nein shit oh Gott wir haben keine Möglichkeit mal hier rüber zu gehen jetzt shit wieso kommen wir ach so immer noch ja H3 ich muss hier nach Epirus hoch das muss unbedingt das geschehen damit wir das auslösen können was die auf Kreta haben hmm hmm oh mein Gott ich würde gerne Misshaapchen angreifen aber jetzt habe ich keine Flotte mehr ist echt alles weg keine Flotte mehr einfach vernichtet und eine neue Leisten ist natürlich schwachsinnig ah Leute das ist natürlich wieder richtig doof gewesen hmm das war natürlich richtig doof so ich will nur eins machen Tara ist verloren wieso komme ich denn hier nicht rüber ah wie in der Festung ja stimmt Mist aber auch das ist auch echt ekelhaft ah meine schöne Flotte da das habe ich nicht gewusst aber die sind doch mit mir auch zusammen wieso kommen die denn wieso kämpfen die denn hier nicht ach Knossus ist sie nicht mit drin hm hm wie doof der Orsin kämpft nur gegen Epirus mit und nicht die wie doof aber auch ey oh Leute das ist natürlich echt übel schlimmstmöglicher Ausgang der passieren kann also hier wird es auch nicht mehr können wir auch in Zukunft wenn wir hier noch irgendwo sein sollten die wollen nämlich haben Laconien wie immer die greifen sofort an und wollen das alles haben hier alles komplett ok Freunde wir machen hier trotzdem eine kurze Pause und ich hoffe dass wir da irgendwie raus kommen wie auch immer keine Ahnung muss ich mal was überlegen dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder vielen Dank fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal machts gut tschüss und bis zum nächsten Mal